Was sind Jodkristalle? Jodkristalle werden üblicherweise zur Reinigung von Wasser verwendet. Die Kristalle können helfen, Bakterien oder Mikroorganismen abzutöten, die den Konsum von Trinkwasser unsicher machen. Sie können auch bestimmte Arten von Chemikalien oder Parasiten entfernen. Jodkristalle können auch tierischen Nahrungsmitteln zugesetzt werden, um sicherzustellen, dass die Tiere die richtige Menge Jod in ihrer Nahrung erhalten. Jod selbst kann als Nahrungsergänzung verwendet werden. Jod ist ein Spurenelement und ein Element. Es befindet sich auf natürliche Weise im Körper und ist eines der schwersten wesentlichen Elemente. Ein Jodmangel kann eine Reihe von Gesundheitsproblemen sowohl bei Menschen als auch bei Tieren verursachen, einschließlich geistiger Behinderung und Schilddrüsenproblemen. Jod selbst kann nicht zur Reinigung von Wasser verwendet werden, da es zuerst hergestellt und kristallisiert werden muss. Durch den Kristallisationsprozess verdampft das Jod rasch und wird wasserlöslicher. Zur Desinfektion von Wasser wird nur eine geringe Menge Jodkristalle benötigt. Diese Kristalle können in großen Dosen hochgiftig sein. Es gibt typischerweise Vorschriften bezüglich der Verwendung dieser Kristalle, da diese Kristalle üblicherweise bei der Herstellung des Medikaments Methamphetamin verwendet werden. Die Kristalle können legal an legitime Unternehmen verkauft werden, aber sie können nicht für illegale Zwecke exportiert oder weiterverkauft werden. Jod-Tinktur kann auch zu Methamphetamin verarbeitet werden, ist jedoch in den meisten Ländern legal erhältlich. Diese Kristalle werden rechtmäßig verkauft und in verschiedenen Produkten verwendet. Jod ist in Tafelsalz enthalten und wird auch zur Herstellung bestimmter Arten von Glühbirnen verwendet. Pharmazeutika und Reinigungsmittel können auch Jodkristalle als Bestandteil auflisten. Diese Kristalle können auch zur Desinfektion von Schwimmbadwasser und als Antiseptikum für Mensch und Tier verwendet werden. Sie können auch zur Entwicklung von Filmen oder von Ermittlern zur Entwicklung von Fingerabdrücken an Tatorten verwendet werden. Die Verwendung von Jodkristallen birgt Gefahren. Bei Berührung mit der Haut können schwere Verbrennungen auftreten. Das von den Stoffen abgegebene Gas kann schädlich sein und Atemprobleme oder sogar den Tod verursachen. Diese Kristalle können auch dann Gas erzeugen, wenn sie nur durch direktes Sonnenlicht erwärmt werden. Remikalien wie Phosphor und Ammoniak sollten niemals in der Nähe der Kristalle aufbewahrt werden.